Lohs im Schwiebze, Lohm im Frieden, Liedersdärfling Arnensee Wer ruht denn da an? Oskie? Salut! Was? Berner Kantonale Jodlerfest? 2019? Burgdorf hat zurückgezogen? Das wäre schon etwas, da muss ich gerade ein paar Telefon machen Das wäre schön, das wäre brav für unsere Gegend hier Ich melde mich Ich melde mich, ich melde mich Merci vielmals für die Anfrage Merci Äh, du musst studieren Einmal Ich lüte ein Haufen an Der gewünschte Teilnehmer ist zur Zeit nicht erreichbar, bitte rufen Sie später an Ah, der ist sicher im Teufertal, der hat der keinen Empfang Aber ich habe ja die alte Nummer auch Ich lüte ihm gerade auf das Haus-Telefon an dort He, wer leitet ihn jetzt an? Wer leitet echt den jetzt an? Ufi, bei dem Käse, wer stirbt? Hufi, Oski hier! Hör, wir hätten die Chance, das Prienz des Berner Kantonal Jodlerfest durchzuführen. Eine solche Chance haben wir nicht alle Tage. Ja, also! Das müssen wir machen. Hör, ich komme gleich zu dir. Um Himmels Gottes willen, dann komm halt. Ich bin unterwegs. Ja, dann kommt er halt. Jetzt benutzt er das Flap. あma nicht nur Doppel shrimp, Hierher will ich habe. 1 mio kar Lo! HerKYt! Arze es zu sehen. Löffel die Tah Incase. Hallo! 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 Hoi! Hoi! Lasshufi! Wir könnten im Juni ins Berner Kantonal Jodlerfest durchführen! Das wäre doch die Schöne hier in unserer schönen Gegend. Du wärst dabei, so kann gründen. Wir müssen von jeder Sparte jemanden haben und du jodlst doch. Ich habe gejodelt. Das ist vorbei. Aber wohl, das ist ein braves Ach. Der Sommer ist vorbei und der Käse ist genug gekehrt. Unsere schöne Region ist ideal für ein Fest. Ich sehe schon vor mir. Der letzte Berg vor dem Dorf. Und die Horne. Und die Alphorner. Horne zurück. Jetzt brauchen wir noch einen Schwanenfinger. Einen Fahnen-Schwinger. Wusstest du jemanden? Ja, Tom. Der Fahnen-Schwinger. Der bei dem Rotoren-Bändchen arbeitet. Das wäre gut. Hast du seine Nummer? Ja, ich leute ihn im Gewinn an. Da habe ich ja keinen Empfang. Aber ich habe hier noch ein altes Telefon. Denn da habe ich mein Empfang. Wenn dieser Sparte ist. Ich leute ihn nicht. Ich leute ihn. Das war er. Das ist ein Problem. Das war er. Das ist ein Problem. Das war er. Über dennoch ein Problem? Ich weine die Fahrt für den. Enjoy the ride! Hey, hey, hey! Die Hand hat ja auf mir übernimmt den Schnell. Jetzt schwulig! Hopp, Dom! Hauf hier! Hast du die Winterzeit? Ja, nein, eigentlich nicht. Ich bin am Werken, aber auch die Bahn. Wir bräuchten dich noch für ein OK. Rienz hat die Gelegenheit Berner Kantonalen Jodernfest. Nächstes Jahr hier zu fahren. Da bräuchten wir noch einen wie dich, der weiss, was die Fahnen-Schwinger bräuchten. Ja, also für Fahnen-Schwinger und für die Jodler, da nehmen wir uns gerne die Zeit. Wir müssen ja noch schauen, dass wir ein Lokal finden, ein Hiessiges, das genügend Höhe in der Decke hat, wegen der Fahnen-Schwinger. Ja, genau. Eine Aufführung hier lokal. Aber jetzt muss ich schauen, das Fernsehen hat schon lange das auf. Los, ich melde mich, wenn und wo sich die OK trifft. Also, Moin, Ciao. Also, wer ist hier dabei? Dann sind wir ja schon zu dritt. So, dann enjoy the ride. So, dann enjoy the ride. So, dann bräuchten wir. So, dann bräuchten wir. Wunderbar. Jetzt brauchen wir nur noch eine Presse. Weiss, einer, der ein bisschen durchsieht. Einer, der präsentieren kann. Und einer, der besser berichten kann, als wir zwei. Wüsstest du einen? Der Aufmermerk? Ja, der ist ein bisschen junger. Und der Flickpätsch? Ja, der hat schon so viel am Hals. Es braucht einen, der Zeit hat, die Leute kennt und auch berichten kann. Ich habe es. Ich habe es. Sigi, der hat lange getheatert. Der bekommt viele Leute. Ich rufe ihn gleich an. Das ist keinen Punkt. Hm. Sigi? Sigi, ich bin Oski. Ah, Sali Oski. Was willst du? Los, wir suchen noch eine Presse. Wir könnten nächstes Jahr das kantonale Jodlerfest durchführen, hier in Priens. Wer ist nicht dabei? Das ist bald eins um meine Zeit, was als Priens stattfindet. Aber, äh, gerade als Presse, da bin ich nicht so ein Wicht da im Fokus stehen. Weißt du schon jemanden, der dir mithilft? Ja, wir wären schon vier. Haufe für die Jodler, und Tom, der um Rothornbändchen arbeitet, ist für die Fahnenschwinger, und ich wäre für die Albhörner. Haha. Ja, Bob, hast du auch ein lustiges Trio? Äh, ja, da können wir schon eins darüber sinieren. Äh, wann treffen wir uns? Los, ich würde sagen am Samstag, aber ich sage dir es noch. Gut. Liedest du mir an? Ich melde mich. Merci. So, Sigi. Ich glaube, der ist auch dabei, Sigi. Ja, den braucht es noch. Ja, ich bin froh. habt ihr gehört? Nächstes Jahr läuft es, jetzt haben wir das G-Fest, das Rockfest, das Symposium, das Weihnachtsmert jetzt, und der Briensermert jetzt gerade. Und nächstes Jahr noch das Jodlerfest. Das Berner Kantonale Jodlerfest. Oh, oh, oh. Oh, Bläens, läuft etwas? Los im Schweizerland im Frühjahr in das Berg in Hagensee. Jetzt gibt's in Gruscht und Melodie, schönes wünschst und mir lange weg. Wir vier hier, wir richten das Haus, das Jodlerfest, das ist kein Gruss. Das wird schön, das sehen wir kommen. im Juni des Briens, darum komme ich da. Ja, das machen wir. Ja. Das regnet um ein weisser Kranz, kriegt die Blutstoffe in dem Glanz. Das ist Briens, mein Briens am See, zu die Borscht am blaue Schnee. Jetzt bleibt